Heidi Klum, Tränendrama. Jetzt packt sie über ihre Gefühle aus. Oje, so kennen wir Heidi Klum ja gar nicht. In einer überraschenden Beichte lässt Heidi ihren Emotionen nun freien Lauf. Hoch, damit hätten die Fans von Heidi Klum definitiv nicht gerechnet. Obwohl die Beauty eigentlich für ihre selbstsichere Art bekannt ist, überrascht sie ihre Anhänger nun mit einer unerwarteten Angstbeichte. Heidi Klum mit Tom Carletts in Hongkong, dass Heidi als Supermodel rund um die Welt reist, ist absolut nichts Neues. Für ihre Arbeit muss Heidi immer wieder zwischen Deutschland und den USA hin und her pendeln und verbringt dadurch mehrere Stunden im Jahr im Flieger. Aber auch privat ist Heidi ein absoluter Reisefan. Aktuell befindet sich die Power-Blondine mit ihrem verlobten Tom Carletts in Hongkong und versorgt ihre Fans mit einer Vielzahl von Schnappschüssen aus ihrem Liebesurlaub. Doch jetzt das Traurige. Heidi Klum hat Angst wie Heidi nun berichtet, hat sie panische Angst vorm Fliegen. So erklärt die gegenüber US-In-Touch, ich habe Angst vorm Fliegen. Wenn ich im Flugzeug sitze, muss ich jedes Mal anfangen zu weinen. Ich presse dann den Rufknopf und frage die Stewardess, ob sie sich neben mich setzen kann. Oder wenn kein Platz frei ist, frage ich, ob ich mit ihnen in der Küche sitzen darf. Damit hätten ihre Fans definitiv nicht gerechnet. Ein Glück, dass Heidi bei ihrem Urlaub mit Tom, auch auf seine Unterstützung zählen kann und im Flugzeug nicht alleine sitzen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020